So meine lieben Leute, wir sind wieder zurück bei Sekiro Shadows Die Twice, ohne Boss-Erinnerungen, also mit Angriffslevel 1. Wo steht das nochmal? Da, da steht's ja. 13 Vitalität, Angriffskraft 1. Und wir befinden uns in Ashina Castle, oder Burg Ashina, für die deutschsprachigen Leute unter euch, was alle sein dürften. Ja, an alle, die jetzt lurken und zuschauen, vielen Dank, dass ihr hier reinschaut. Es sei schon mal so viel gesagt, durch den Stream heute Nachmittag ist mir das mal wieder klar geworden. Denn, wenn ihr keinen Rage mögt, dann solltet ihr am besten jetzt schon abschalten. Denn es wird in diesem Livestream wahrscheinlich einiges an Rumgebrülle und Rumgemecker und Rumgenöle geben. Wenn ihr sowas nicht mögt, dann seid ihr hier auf dem falschen Kanal, zumindest bei diesem Spiel. Ja, also es gibt andere Spiele, da bin ich noch besser und da brauche ich dann nicht ragen. Aber hier mit diesem Challenge Run, das ist schon eine Hausnummer. Ja. Nur, dass ihr bescheidt wisst. Here we go. Mal gucken, ob ich mich hier noch auskenne. Ich weiß gar nicht mehr, was ist hier noch klug? Einfach reinrennen? Also, das Effektivste wäre einfach durchzurushen. Natürlich, das ist in jedem Soul-Spiel so. Das kennen wir doch alle. Aber, das wäre ja langweilig. Dammit, da habe ich es verkackt. Ich musste ja unbedingt da reinrennen. Witzigerweise, der hat mich noch gar nicht gehört. Ah, die Oma habe ich gesehen. Nein, nicht die Oma. Scheiß, Oma. Jetzt hat mich noch einer gesehen. Äh, kann ich hier schon irgendwie nach oben flüchten? No. Oh, Scheiße. Wieder eingekesselt. Können die nicht auch sogar Ichimonji machen, die Pfeifen? Oh Gott, da kommen sie alle. Scheiße. Wallhack. Wallhack. Gucken die an. Sie können mich nicht sehen. Äh, ich bin in einer Volle. Suchen sie mich. Äh. Okay. Vielleicht habe ich ja Glück. Muss der eine Typ da wirklich stehen bleiben? Oh. Der eine NPC so, entschuldigen Sie, könnte ich hier durch? Der andere NPC so, nein. Ich bleib jetzt hier stehen. Der andere NPC, ja, das ist aber blöd. Ich möchte hier durch, bitte. Ich helfe dir mal eben. Oh. Oh. Starke Stabby-Stabby's. Sollte ich vielleicht mal mit dem Kiri-Counter. Das kann ich auch. Pass auf. Oh, hat einfach durchgepoised. Durch meinen Stab. Will auch so einen starken Stab haben. Das kann so schnell raus, ne? Wollte ich nicht mal irgendwas machen. Oh, diese Gegner sind echt nicht ohne. Später, weißt du, wenn du sowas wie Mortal Blade und sowas, dann kannst du einfach... Was will ich da noch tun? Aber aktuell noch... Quite OP. Äh. I take this. Äh. Achso, das waren schon die, die da saßen. Normalerweise, wollte ich gerade sagen, sitzen da immer welche. Kann ich mich an den rand schleichen? Wahrscheinlich nicht. Ähm. Ups. Das hat niemand gehört. Was gab's hier denn noch, schönes? Eine Gebetsperle. Oh, das ist nett. Wie komm ich denn jetzt an den scheiß Typen da ran? Von oben. Theoretisch. Vielleicht auch praktisch. Moment. Davon habe ich genug eigentlich. Davon wollen die noch mehr. Muss auch ohnehin so ein Schwacher sein, ne? Und da in der Ecke ist glaube ich noch eine Oma hinter dieser Trennwand versteckt. Oder hinter den Pötten oder so. Ah, was ist das? Ja. So, jetzt haben wir nämlich die Scheiße, dass hier überall jetzt Leute sind. Komm, laden wir noch mehr zur Party ein. Oh. Ich denke, ich werde runnen. Yeah. Ich denke, ich werde das machen. Weil, äh, da. Ich das nächste Dings ist. Einmal ausrasten. War eigentlich jetzt schon der, ähm, Oga unten oder nicht? Das, äh, weiß ich gar nicht mehr. Ehrlich gesagt. Ich weiß, dass ich hier jetzt gleich Gegner trigger. Oh, hier geht's. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh mein Beste! Ha, fake one, wussi doch. Oh, das sind auch noch Gegner. Great. Das sind nur in Klammern drei von diesem Typen da, ne? Nur. Well, shit. Ich hasse diese Gegner sowieso. To-point. Oh, meine Güte, das ist aber schon der Kollege. Au, au. Nummer zwei war fies hier. Das ist aber ein bisschen fies hier. Äh, das ist so lang, als ich dachte. Natürlich. Warum sollten auch die Shinobi-Tools nutzen? Äh. Ja, Junge. Man kann auch nicht ausweichen dann, ne? Geht einfach nicht. Da wirst du einfach so zu Tode geschnetzelt. Nicht dumm. Junge. Granaten bräuchte man mal, yeah. Oh my God, jetzt hab ich die auch noch gepullt. Ich will doch nur wissen, was da hinten ist. Fickt euch, ich renne euch schon vorbei jetzt hier. I want to know what this is. Oh, nee, look. Darf ich das aufhören? Nein, okay. Hier ist schön, das bräuch. Da ist schon nicht da, ne? Das heißt also, hier hinzukommen, hat mir gar nichts gebracht. Hier. Was ist los? Ich hab vor dem Dach auch noch welche getriggert. Wo konnte ich den jetzt nicht exekutieren? Dafür werde ich jetzt exekutiert. Äh. I don't want to die here. Flammenlauf bräuchte ich jetzt. Das wär nice. Das muss man doch jetzt umbringen können, das Viech. Gebt mir eurem Loot. Ihr weiß, was ich scheiße. Ist auf die restlichen Gegner da unten. Attack. Ist er sich wirklich nötig? Ugh. Was hingegen nötig ist. Ist, äh, perfektes Parieren. Das hinkriege, ist dieser Kampf leicht. Wenn ich's nicht hinkriege, well, dann ist es nicht. Oh, später. In dem, in dem, oh, wenn man wieder in die Burg rein muss. Mit den beiden Schatten dann noch das so. Ist aber dann, glaube ich, ein anderer. Ah, jetzt tu es. Bist du Elite-Achina. Bist du da, wie zum Beispiel das nicht geschafft? Nein, doch nicht zu ihm hin. Oh, das ist ein bisschen blöd. Rett auch so hin. Na, das tut. Okay. Okay. Gut. Ja, das mit den Blitzen. Das war Gott sei Dank leichter, als ich befürchtet hatte. Wir haben nur ein kleines Problem. Da oben wartet ein Boss, der sehr viel schwerer ist. Er ist nicht ganz so schnell. Das stimmt wohl, aber oh boy, dafür haut er ganz schön rein, ja? Wenn man ihn lässt. Ich bin gerade am überlegen, ob der irgendwelche Tools mir was bringt. Ich glaube nicht. Ich glaube, den macht man am besten einfach so. Also man haut einfach drauf. Man lässt ihn nicht zur Ruhe kommen. Man kämpft mit Druck. Und wenn die Blitze kommen, sieht man gefälligst zu, dass man nach oben springt und in der Luft haut. Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Ja. Genau, weil das Ding ist ja noch zu. Sag mir nicht, jetzt kommen noch Wu gestalten. Glaube nicht. Hauptsache, wir hören das Pfeifen. Let's do it. Kann dem eh nicht entkommen. Ich muss ihn jetzt machen, langsam. Könnte noch ein paar Sachen machen. Nibu Village zum Beispiel, aber Ich muss ihn machen, Alter. Irgendwann. Ich sage, ich brauche drei, vier Versuche. Ich versuche ruhig zu bleiben, aber fällt mir manchmal schwer. Ich will sein Morteblatt haben. So, dringend. Das ist richtig. Und jetzt zieht er sein Schwert schon ein bisschen eleventer. Immer noch langsam und zögerlich so ein bisschen, aber schon sicherer als beim ersten Encounter. Geh in die Chirou so, ha, willst du wieder gewuppt werden, wa? Und ich so, ja, ich versuche mal, dich zu wuppen. Das funktioniert, werden wir jetzt gleich sehen. Gut. Hm, come on. Wie Kiri-Counter, in der ersten Phase. In der zweiten Phase macht er, glaube ich, nur noch zu mir. Oh. Hätte er mal was machen können. Okay, ich habe komischerweise keinen Kiri-Counter gemacht. Hm. Nicht so klug. Nicht so klug. Wow, ich drückte doch. Ich sage, da brauche ich ein paar mehrere Versuche. Fuck, Alter. Kommt wieder die Flurry. Flurry. Ja, das war wichtig. nur mit einem blöden bogen aber er macht immer noch den stich okay jetzt hat er den gemacht fuck damn it das ist fies krass ist ein scheiß bogen ne wirklich wahr mann ja jetzt kann ich auch nicht mehr kann gar nichts mehr machen ja 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 Okay. Mann, ich drücke es doch. Mann. Drücke ich doch. Ja, klar. Obwohl zwei reichen, zwei Dinger, glaube ich ja nicht. Die erste Attacke, die er meistens macht, kann man normalerweise Mikiri-Counter. Ich versuch's mal. Guten Abend, Snowfox. Guter Name. So, Leute, jetzt, ich mein, ich hab so viel Heilung verbraucht, weil ich halt sloppy spiele, weil, äh, in dieser Phase nützt er zumindest schneller Schaden, aber, ja, teilt auch viel Schaden aus, wenn man doof ist. Und das bin ich ja, wissen wir ja alle. Ja, ja, ist sehr gut. Achso, Kizun ist neu, ja, ja, klar. Das sagt mir was. Wünscht mir Glück. Ich wollte kein Ichimonji machen, nur mal so. Ich drücke es doch! Das ist nämlich das Problem, weißt du, das ist das Problem. Ich bin total im Panikmodus, Alter. Ja, ich, ich, das wird diesen, das wird diesen Versuch nicht zählen. Echt nicht. Ich bin total im Schaden. Mhh! Das war's. Das war's. Nein, Mann. Warum springe ich denn da rein? Ach, komm. Ah, natürlich macht er fucking Stab-Attack. Natürlich. Ach, Mann. Das war so ein guter erster Versuch. Och, Mann. Boah, mein Herz schlägt, ey. Ja, ich muss nur die erste Phase etwas besser überstehen. Das war gar nicht so schlecht für den ersten Versuch. Komm, ich hab den schon lange nicht mehr gemacht, den Typ. Manchmal nimmt er einfach nicht den Mikiri-Counter, wenn er seinen blöden Stab macht. Aber der Kampf ist trotzdem spaßig. Auch wenn er, äh, ein bisschen schwierig ist. Vor allen Dingen mit einer Angriffskraft nur, ne? Ich mach ja viel weniger Schaden als sonst. Oh, Gott, das wäre Müll. Immer noch voll zittrig. Entschuldigung. Jetzt do it again. Oh, Gott, das wäre Müll. 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 Wow, ich hab das Ziel verloren und dadurch hab ich den blöden Kirikau gar nicht gemacht. So ein Dreck. Jetzt aber. Blocken, Kollege, blocken, was machst du da? Was mach ich da? In seine Attacke reinrennen. Das mach ich. Dammit. Da muss Beine getroffen. Nein, du mit deinem blöden Bogen. Wirklich, ey. Da trifft man sich immer gegenseitig. Kannst du mal irgendwas machen, Alter? Bing. Jetzt hat er wieder einen Stich gemacht. Das gibt es doch gar nicht. Warum? Jetzt reicht's mir. Mann. Hör auf mit deinem blöden Bogen. Hasse deinen blöden Bogen, ey. Mann. Wieso haust du denn, ey? Ja, toll. Dreiheilung. Ach. Blöder Penner. Mann, das ist so fies. Ja, Junge. Sonst konntest du mal retaliaten. Jetzt geht's nicht mehr, weil er danach direkt einen Stichangriff macht. Ja, guck dir das an. Ja, jetzt hat er meine Preuß gemacht. Ich drücke es doch. Ja, ja, ja. Ja, Ichimonji, das wollte ich machen. Genau, Ichimonji wollte ich jetzt machen. Mann, ey. Ja, ja. Hast nicht genug Zeit zum Heilen. Klar, weil du dann direkt wieder Jump Attack hast. Klar doch. Blöder Wichser, ey. Ehrlich. Toll. Oh, direkt nochmal. Greif an, Mann! Was soll ich machen, Alter? Was soll ich machen? Ja, das ist doch scheiße. Mann, ey. Da wollen wir Heilung und ich krieg es nicht hin. Mann, ey. Mann. Mann. Sen, nur ich eher pete. Scheiße haben. Juan, pushed one. Keiner er ruhige. Geroller er prise. Du bist jener. Mann. Voll in die Ecke gedreht hast du. Super. Ich drücke es doch. Ich drücke die Ecke. Auf Wiedersehen! Wow. Ich wollte kein Ichimonji machen. Mann. Blöder Bogen. Mann. Ja klar. Kannst du nicht hinkriegen, ne? Kannst du nicht rechtzeitig machen. Ja, und dann kommt wieder sein Bogen. Ehrlich. Immer sein geschittener Bogen. Ja. 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 Das ist Mannig, das ist so... Fick! Wie kann ich Fick dich heilen? Mannig! Fick dich, Junge! Fick dich! Fick dich, Junge! So, wie viele Versuche waren das jetzt? Oh mein Gott! Mir ist warm. Mir ist warm. Ich habe leider nicht mitgezählt. Ich glaube, es waren drei oder vier. Ich glaube, vier. Das war, glaube ich, der vierte Versuch. Kann es sein? Das ist nämlich das. Wenn er dich einmal trippt, kommst du fast nicht dazu, dich zu heilen, weil er immer direkt die passende Attacke macht, um das heilen zu kontern. Aber direkt. Das ist richtig fies von dem Scheiß-Programm. Weißt du? Direkt so, oh! Heilungsversuch erkannt! Starte Attacke, den er nicht ausweichen kann. Boah, Alter, ist mir jetzt warm. Aber, ey, wir haben es hingekriegt. Wir haben es hingekriegt. Wir haben es hingekriegt. Wir haben es hingekriegt. Setzulein, oh ne! Oh, die erste Herausforderung ist überstanden. Soll ich... ... ... ... ... ... ... ... Gehen wir ja mehr Sibito Kairika So, damit sind wir offiziell im zweiten Kapitel des Spiels angekommen. Theoretisch, wenn man das jetzt so sieht. Mir graust es übrigens schon vor dem Affen. Nicht die zweite Phase, aber die erste. Die ist übel. Alter. Und ich hab nicht mal ein Level abgekriegt, weil ich schon so überlevelt bin, in Klammern. Damn. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen labern mit den NPCs. Damit wir weitermachen können. Aber ich glaub, ich skippt das alles. Okay. Hallo, Kuro. Na. Uff. Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaub, wir müssen Kuro helfen. Wollen wir zumindest versuchen, oder so. Okay. Ich kann mich nicht anders entscheiden. Das ist... Das ist ein bisschen komisch. Warum kann ich mich nicht anders entscheiden? Okay. Keine Ahnung, warum wir es nicht können. Ja. Ja. Er läuft noch langsamer, müssen wir mit Isshin reden, dem Tengu. Weges Fenster. Das hier? Kein so. Wo war denn der nochmal? War der nicht... Ich weiß gar nicht mehr. Da hinten irgendwo. I have no freaking idea. Ist er nicht hier sogar drin? Ja, da ist er doch. Ich weiß gar nicht. Dammit. Das hier. Okay, ich glaube, das ist alles. Ja, wo ist denn dein komisches Kostüm, sag mal? Wo hast denn das gelassen? Ist jetzt hier nicht auch ein Elite-Gegner unten? Scheint nicht. Ich dachte, hier wäre jetzt ein Elite-Gegner unten. Oh, wieso hat das nicht funktioniert? Okay, bis wir das, fickt euch. Müsste ich jetzt hier einfach so wieder zurück können. Ich will nicht mehr hier sein. Oh, jetzt auch krank, oder was? Stimmt, dem braucht man auch noch, den blöden Kanonenschreinfestungsschlüssel. Duft, ne Blume. Äh... Ja, Urquellduft, bla bla bla. Blume. Ist doch bei dem Affen da, oder nicht? Okay, hier, willst du das sehen? Ja, nicht. Ja, ich bin nicht das. Es hat hier, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht mehr so. Zusätzlich auch Verschiebungsmacht. Ja, okay, okay. Genug geblubbert, ich weiß, was ich zu tun habe. Denk. Das habe ich noch viel entender. Ich muss jetzt mal gucken, ob der einen Ogo jetzt da ist, wo ich denke, dass das ist. Oder ist hier jetzt noch der Elite-Elite? Das kommt später da alles. Ja, hier ist jetzt keiner, glaube ich. Macht ja auch keinen Sinn, weil sonst kommt man ja gar nicht nach oben. Äh... Ja, ja, ja. Ich denke gerade nur Schwachsinn. Aber wie gesagt, es könnte sein, dass da unten noch ein Orga ist. Äh... Das hier dürfte der schnellste Weg sein. Da benötige ich... Ja, Ninjutsu. Das kostet ganz schön viel. Lass uns das erstmal... ignorieren. Wo ist mein Öl? Da. Ah, da kommt es direkt hier hin. Ja, alles klar. Und es wohl hellsehen, oder? Okay. Das kommt schneller raus, als der von Genichiro. Ich weiß euch. Okay. Kein Hyper-Armor, wa? Ihr habt immer alle Hyper-Armor. Ich nicht. Wow, niemals der Zweite hat connected. All der Unterschied. Ja. Ich hasse fucking Stab-Attacks. So sehr. Stab-Attack, lame. Lame. Jump jetzt hier einfach runter. Da unten ist nämlich, glaube ich, ein Orga. Vielleicht auch nicht. Aber hier ist kein Orga. Jetzt hätte ich ihn normalerweise schon brüllen gehört. Orga? Nein? Kein Orga? Was hier denn sonst noch schön ist? Ich kann auf jeden Fall das hier aufmachen. Ja, hast du es bald. Ja, natürlich. Klar doch. Ja, Mann, Alter. Das ist doch geklappt. Selbst die Pissgegner machen so viel Schaden. Was ist denn das fair? War doch vorher nicht offen, oder? Ah, ja, ja, ja. Moment, jetzt kommt Sabi Maru. Jetzt kommt der größte Bullshit ever. Ah, so kann man das Tor aufmachen. Dacht ihr, wer die Abkürzung die zum Dingstens führt? Wach schnell zum Maronentempel. Aber da habe ich mich wohl geehlt. Können wir alle auf den Sack gehen, ehrlich. Müsste mir auch eigentlich noch den Nebelraben besorgen. Na, was hat mich gesehen? Können die einfach... das hier benutzen? Ich bin immer noch nicht über den Kampf hinweg, glaube ich. Vielleicht mache ich mal die Fenster auf. Wobei, wenn ich so rumbrille, kann ich auch nicht den Nachbarn antun. Ich werde wohl warten müssen, bis der Livestream vorbei ist und so lange in meinem eigenen Schweißen baden. Dabei sind es hier gerade mal... 28 Grad. Ist eigentlich noch gar nicht so heiß für meine Verhältnisse hier. Also, das kann ich heißer. Ich fühle mich besser. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir gehen ins Hirata-Anwesen. Ja. Ich weiß auch genau, wohin genau. Moin, genau. Ähm. Ist dat dat? Ist dat dat was... 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 Sürren du? Ne, das hier ist das. Den Purple Man muss ich zum Glück nicht umbringen, weil... Der eh keine Gebetsperle gibt. Den kann ich einfach schön ignorieren und mir den Nebelraben klauen. Und dann abhauen. Genau das machen wir auch. Und dann geben wir die beiden Tools dem Typen und dann... Passt das. Und dann geht es weiter im Text irgendwo. Und dann geht es weiter. Fischi, Fischi. Ach komm, die holen wir uns noch eben. Why not? So. Außerdem der Purple Ninja, der ist stärker als Gini-Chiro. Der macht mich sowieso fertig. Naja, Wandsprung. Ich weiß wohl. Okay, das war ja ein Fail. Die jetzt auch noch steuern das Ding hier oder was? Ich denke übrigens nicht, dass das logisch ist, so gut wie der das macht. Hör, mein Ninja-Typ, du kannst mir gestohlen bleiben. Wirklich. Danke. Ich will es gar nicht versuchen, habe ich gesagt. Aber ich werde Falschschaden kriegen. Oh, du. Kann ich auch im Wasser die blöde Statue benutzen? Das wäre lustig, aber ich glaube nicht. Äh. Doch. Gar nicht. Oder es funktioniert nicht. Nee, doch. Dauert nur länger. Oder ist das, weil mich noch ein Gegner verfolgt? Wahrscheinlich. Ich... Okay. Okay. Du bist. Jodo. Jahrgut. No. Ein Jahrgut. Danke, ich werde keine davon benutzen, wahrscheinlich nicht, ach ja genau, wir wollten jetzt Sempo-Temple machen, damit wir Mortal-Blade kriegen, genau, das wollten wir tun, ja. Die Scheiße ist, oh, diese Affen, ich bin da ganz schlecht drin, ganz kacke bin ich da drin, können wir auf jeden Fall schon mal die Shurikens ausrüsten, glaube ich. Ah, jetzt können wir direkt die Glocke läuten, na siehste. Ja, jetzt können wir direkt die Glocke läuten, auf jeden Fall schon mal die Glocke läuten, Ich hab dich genau gehört. Du warst schon mal den Unsichtbaren. Der Unsichtbare ist immer der Blödeste zu finden. Wirklich jetzt? Ich hätte fast beide gehabt. Wow, ich hab schon wieder das falsche Ding ausgerüstet. So geil, wirklich jetzt. Ach ja, genau, die kommen ja auch noch. Oh mein Gott. Ich hasse diesen Bosskampf, weißt du das eigentlich? Wirklich? Mann. Packen doch! Trifft auch nie mit irgendwas hier. Leer mal zu werfen, Kollege. Trifft nicht. Funktioniert nicht. Wie kriegt man die denn nochmal? Ja, Mann, natürlich balle ich runter. Klar doch. Weil ein Millimeter fehlt. Das funktioniert. Das funktioniert. Wieso auch nicht. Weil das nicht so funktioniert. Kann man sich da nicht fallen lassen können. Ist das nervig. Kann ich mich nicht von hinten irgendwie reinschleichen? Geht da nicht irgendwas? Tja, ich dachte. Aber... Nö, von hier kommst du nicht ran. So, ja. Das hat mich natürlich gesehen. Ja. Wie kriegt man diese Hure? Du triffst es nicht. Ich hab's extra so gemacht, dass man damit die nicht beschädigen kann. Das tut ja auch ne Illusion. Das tut ja ne Illusion. Hat jemand einen Tipp für mich hier? Muss man nicht irgendwas auch noch mit dem Wasser machen? War da nicht irgendwas? Wo denn? Wo denn? Wie denn? Wart denn? Konnte mit Damian irgendwas machen? Ich hab's für diesen Kampf so sehr. Was war mit dem noch? War das der, der taub ist? Oder nicht taub ist, aber der hören kann? Ich weiß nicht mehr. Oder war das der, der gut sehen kann? Ich hab keine Ahnung. Ich hab ihn auch schon aus dem Blick wieder verloren. Ich weiß nicht, wo er ist. Na, oben. Alter. Mann. Wie denn? Wie denn? Ja, natürlich Bitte gebt mir irgendeinen Tipp, Leute Wirklich, ich dreh gleich durch Den scheiß grünen Affen Den hab ich ja auch noch nicht besiegt Weil er mir immerhin kommt Muss man hier nicht den lilanen Affen Irgendwie reinkriegen Wie denn? Ich hasse es auch, dass er nicht automatisch Von den blöden Kanten runterläuft Dadurch verlierst du immer nur Zeit Das war noch einer, ne? Oder war das auch nur ne Illusion? Ja, jetzt haben wir noch den Beschissenen Ja, das wollte ich Das wollte ich Mann, ey Weg damit Ich weiß nicht, wo er hingelaufen ist Ja Was ist mit dem grünen Affen? Wie kriegt man den denn? Ich glaube, ich setze die scheiß Affen nochmal zurück Ist dann, glaube ich, nur der eine Der zurückgesetzt wird Ich glaube nicht, dass das Spiel so fies ist Alle dann zurückzusetzen Wie ging das denn nochmal? Ja, ja, ja Ich kann nicht mal mit dem reden Wo setzt man das zurück? Gab's hier nicht irgendwo was, wo man das zurücksetzen kann? War da nicht irgendwas? Kann man natürlich auch keiner von euch sagen Da müssen wir den grünen Affen hindern Sonst werde ich ihn niemals kriegen Oder noch? Fuckin' die Das ist, was ich niemals Sie sind nur für mich, um mich zu retten, um mich zu retten zu retten. Aber es ist nicht so, dass ich mich nicht verletze. Schauen Sie bitte. Das war's für heute. Ich bin der Ingenie. Das war's. Ah! Beste Waffe, wegen ihrer Spitalfähigkeit. 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 Mod ‑‑ その右目... リュウインの呪いを受けているのですね。 不思議。 確かに。 貰い受けた。 So, da haben wir sie. Unsere sterbliche Klinge. Muss ich das hier ein... Ja. Hier muss ich das reinpacken. So... Meguria,私は... ...死なずの愚動者たち. Miko... ...まとも他の皆. So... ...節を立つことがただし... ...なれど龍院が... ...それを Mikoの私... ...私... ...お手を... ...お手を... ...包条を... 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 ...はい... ...お米は噛めば噛むほど あの... ... danke... ...Mikoにようこす... ...受け... ...それ... ...受け... ...ま... ...ま... Ja, ja, Sayonara. Sayonara to you as well. Okay. So. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Wir brauchen noch zwei Gebetsperlen für eine weitere Kette. Und ich weiß genau, wo wir zufällig zwei Elite-Gegner finden. In einem Gebiet. Mann, hab ich da einen Bock drauf. Mann, hab ich da einen Bock drauf. It's time. Hm. Oh Gott, mich graust es davor schon. Mich graust es so sehr davor. Mir wird jetzt schon schlecht, wenn ich nur dran denke. Ups. Ah, wo nicht. Okay. Ich setz mal noch mal die blöde Klinge ein. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ah, so. Ja. Ja, schön, wenn beide treffen würden. Und nicht nur einer. Ja, ja. Auch dieser Gegner. Du kannst ihm nicht entkommen, wenn er dich Arme hat. hab gleich sowieso keine von den Dingern mehr das ist überhaupt nicht unfair diese Ansicht überhaupt nicht fuck naja, sweep natürlich sweep, 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 sweep und Stich ja, natürlich das ist, das ist, ey diese Elite-Gegner sind stärker als Bosse es ist wirklich so und wieso bin ich jetzt direkt gestorben wieso bin ich nicht wieder aufgetaut ist man dann automatisch komplett tot selbst wenn man noch Res hat ist doch scheiße göttliche Hilfe kannst du sonst wohin stecken ehrlich jetzt Mann, ey ja, ja, ja ja, sweep ja, ja, ja oh, mach mir, kiri-kiri-kantor machin, non ja, ja, ja ja, ja, ja ich habe jetzt gedrückt, es hat nichts gebracht natürlich nicht ja, ja, ja ja, ja, ja Junge wir sind hier scheißbaumfest Mann ja, klar logisch ja, 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 ja Mann immer hat es mir irgendwas im Weg weswegen ich nichts sehe oder nichts machen kann ja, ja, ich drücke ich drücke, ich drücke es bringt alles nichts ich drücke bringt nichts gar nichts ja, 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 ja ich drücke es bringt nichts es bringt nichts er macht nichts heilen Mann, ey Junge auf den Kopf bringen funktioniert auch nicht egal was sie versuchen funktioniert nicht ich drücke was soll ich noch machen ich drücke es drücke es die ganze Zeit und er macht es nicht er macht keinen kiri-counter oh, jetzt einmal ausnahmsweise fick dich Bastard Mann ich habe die Frage von dem Kaspar noch gar nicht beantwortet das bedeutet dass ich sämtliche Boss-Memories die ich durch die Siege über die Bosse kriege nicht benutzen darf was bedeutet dass meine Angriffskraft auf 1 ist also das Schwächste das bedeutet der Run so, wie kommt man jetzt nochmal schnell darüber ich glaube einfach durchrennen und dann einfach irgendwie hier hinten rüberspringen ne macht da nicht irgendwie was ja wie der fuck ist das jetzt watch me fuck this up wow ich drücke ich drücke schon wieder ja ich drücke es bringt einfach nix er macht nicht den kiri-counter wenn ich den möchte ich kann ihn auch nicht treppen weil der immer wegleitet ja siehste deswegen ist dieser Bastard so ein Wichser man die sind alle so scheiße diese Gegner wirklich ey alle unfair immer in irgendwelchen Situationen wo du ne Klipper hast oder du hast überall Wände weswegen die Kamera ständig verrückt spielt es ist jedes Mal dieselbe scheiße keiner dieser Gegner ist fair ja some cuts in this us nein 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 go of course ja 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 잠 Das geht wieder mit dem Scheiß an. Mann, ich hatte diese blöden Tricks. Ja, kick mich einfach weg. Ja, 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 und die Kamera wieder! Fick dich. Immer die Kamera. Ja, ich schreib vielleicht viel, aber zumindest lass ich meine Sachen heile. So viel Geld hab ich auch nicht, um die zu verschwenden, die Controller und so. Mission accomplished, Jungs und Mädels. Ja. Okay. Dann kriegen wir eigentlich den mega geilen Überskillbaum. Wie kriegen wir den eigentlich? Wir sollten uns darauf konzentrieren, dass wir den hier holen. Wobei, ne, so wichtig ist der jetzt auch nicht eigentlich. Wir sollten uns darauf konzentrieren, keine Ahnung, was zu holen. Vielleicht noch den hier. I don't know. Also... Okay. Ähm... Ich war vorher schon mal im versunkenen Tal ganz kurz. Hab ich einen Abstecher gemacht. Um da ein Gordzi zu klauen. Und jetzt können wir, äh... Jetzt können wir hier weitermachen praktisch. Und, ähm... Ja. Wir alle wissen ja noch, was da für ein toller Gegner wartet. Der macht mindestens genauso viel Spaß wie alle anderen Elite-Gegner gerade auch. Das ist vielleicht noch ein bisschen leichter. Äh... Nämlich der da. Nämlich der da. Glock ja nicht, ne? Tu ich überhaupt nicht. Ah... Halt dich bitte. Ja, Mann, hör auf zu schießen, Mann! Hier, wie schmeckt dir meine Warpelflade? So. Boah, wie viel Damage das macht. Ja, ja, ja. Ich kann nur schießen, ich kann nicht, wenn ich das bin da hin. Ich kann nur schießen. Boah, ich hasse das immer, wenn sich beide gegenseitig treffen. Weil der Gegner kriegt kaum Schaden dadurch. Ich schon. Ja, war ja klar. War ja klar. War ja klar. Aber auch immer zwei HP-Dinge. Ja, ja, ja. Fokus verloren. Wegen dem Ding da. Mal wieder. Ja, 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 ja. Ja. Diese Elite-Gegner, die kannst du so vergessen, wirklich. Die sind so beschissen, so unfair. Es ist so ätzend, gegen die zu kämpfen. Und das mit dem bisschen HP, äh, HP sag ich schon. Schaden, was ich mache. Es ist so dämlich, ey. Richtig dumm. Ich glaube, man kann jetzt hier warten und dann kann man einmal einen Stats-Attack auf sie machen. Oder verliehe ich sie gar nicht? Oh my God. Die lässt mich nicht in Ruhe. Die wird mich nicht in Ruhe lassen. Die wird die ganze Zeit da rumgammeln. Was total dumm ist. Sie sieht mich schon seit drei Jahren nicht mehr. Hier, guck mal, wo die rumgegammelt hat. Guck dir an den Schaden an. Guck dir den Schaden an. Guck dir einfach mal an den Schaden. Wie wahnsinnig groß er ist. So einen großen hat auch keiner hier. Guck dir einfach mal den Schaden an. Dann weißt du schon echt Bescheid. Ah, Mann, Alter. Schieß halt. Schieß halt noch ein paar Mal mehr. Weißt du was? Fick dich. Hier. Ich bring freiwillig in den Tod. Ich bring auch noch mal in den Tod. Ah, dammit. Wenn man sich umbringen, dann funktioniert es natürlich nicht. Ich bringe dich. Mir nicht. Ent sei ihm. Mein Mann, Alter. Arbeit gerade wieder Killa. Ich bei mir... ... Oh, die mit ihrem Scheiß. Oh, die mit ihrem Scheiß. Ey. Wegen den blöden Felsen wieder. Ja, und dann kann man sich nicht heilen, ohne Penalty zu kriegen. Wie immer. Wie immer. Ja, Doppeltreffer. Was mach ich hier eigentlich hier? Was mach ich hier eigentlich? Ja, Mann. Wieder wegen dem Ding hinter mir! Schön daneben oben. Schön daneben oben. Kannste auch nicht ausweichen, Alter. Mann! Hör doch mal auf zu ballern! Ja, Mann. Kann noch nicht wahr sein. Wie schmeckt ihr das, ne? Baum im Weg. Ich glaub das doch nicht! Ja, ja. Blöder Baum! Blöder Baum! Der ist nur dünn. Den müsste ich mit der Schere durchschneiden können! Und ich spring nochmal in den Abgrund. Ne, tue ich doch nicht. Nein, ich spring in eine viel beschissenere! Ja, klar doch. Natürlich doch. Mann, ich will nicht mehr. Es ist mir zu stressig, Leute. Es tut mir leid. Ich muss aufhören. Ich merk, dass es nicht gut für mich ist. Ich glaub, ich hab genug Sekiro gespielt. Reicht mir wieder. Mit Stress. Ich brauch das nicht. Ich schaff's einfach nicht. Ich bin zu schlecht dafür. Alles gut. Meis cool. Quats investiert már thang, dich nicht immer soノ没有. Du hast schon stølt am Kopf. Ich kriege über dich. להיות nur das contoursystem. Ich hab ihn Sie vielleicht in der Zukunft. Vielen Dank.